Bhagavad Gita, Vers 2.63 Aus Zorn entsteht Täuschung, und der Täuschung folgt die Verwirrung der Erinnerung. Wenn die Erinnerung verwirrt ist, geht die Intelligenz verloren, und wenn man die Intelligenz verloren hat, fällt man wieder in den materiellen Sumpf zurück. Erklärung Wenn man im Krishna-Bewusstsein Fortschritte gemacht hat, weiß man, dass alles im Dienst des Herrn verwendet werden kann. Diejenigen, die kein Wissen vom Krishna-Bewusstsein haben, versuchen auf künstliche Weise, materielle Sinnesobjekte zu meiden, und erreichen folglich, obwohl sie von der materiellen Fessel befreit werden wollen, nicht die vollkommene Stufe der Entsagung. Im Gegensatz dazu weiß ein Krishna-bewusster Mensch, wie er alles im Dienst der Krishnas verwenden kann. Deshalb fällt er dem materiellen Bewusstsein nicht zum Opfer. Nach der Meinung der Unpersönlichkeitsanhänger kann der Herr bzw. das Absolute nicht essen, denn sie halten die absolute Wahrheit für unpersönlich. Während ein Unpersönlichkeitsanhänger bemüht ist, wohlschmeckende Speisen zu vermeiden, weiß der Gottgeweihte, dass Krishna der höchste Genießende ist und dass er alles isst, was ihm mit Hingabe geopfert wird. Nachdem er dem Herrn schmackhafte Speisen dargebracht hat, isst der Gottgeweihte die Überreste der Opferung, die Prasadam, genannt werden. Auf diese Weise wird die Nahrung spiritualisiert und daher läuft er nicht Gefahr, ins materielle Bewusstsein zurückzufallen. Der Gottgeweihte im Krishna-Bewusstsein ist Prasadam, was der Nicht-Gottgeweihte als etwas Materielles ablehnt. Der Unpersönlichkeitsanhänger kann daher aufgrund seiner künstlichen Entsagung das Leben nicht genießen und deshalb zieht ihn schon die geringste Erregung des Geistes wieder in den Sumpf des materiellen Daseins herunter. Obwohl eine solche Seele vielleicht sogar bis zur Stufe der Befreiung aufsteigt, fällt sie wieder herunter, wenn ihr, nicht durch hingebungsvolles Dienen, geholfen wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017